Yo Leute und damit Willkommen zurück zu das Bekloppenprojekt Ja! Ja und mit Zendlos und leider heute ohne Schausen Er hat kein bock Aua Ja er hat kein bock Schaust du mich? So weil wir Bekloppen ja was vorhaben Boah Schausen zockt grad lieber durchs Baseprogramm Das hat auch schon gehört von dem Spiel Leider So ähm Willst du deins machen und ich mach da weiter wo ich jetzt gleich hingehe oder? Ja aber erstmal kann ich damit kommen Okay wir gehen jetzt Ah das können wir auch noch alles hier ändern Weil ich ja sowieso hierbleib Ja Du musst ja hierbleiben Boah ich hasse das wenn ich hier durch das Portal gehen muss Was jetzt nah an dem Ding dran ist Da müssen wir hingehen Wir hätten das doch eigentlich Ähm Auch irgendwann mal das Portal austauschen können oder nicht Ja So hier sind wir Das sollten wir auch irgendwann mal hoffen Ja Und hier bauen wir unseren Schimmagiaturm hin Ich weiß noch nicht ob wir den sollen wir den hier in die Mitte rein, am besten ne? Hm Gucken ne? Ich weiß ja nicht wie du es hier ebnen willst Ja ich mach den Gang hier Also ich mach ja auf jeden Fall diesen Berg hier weg Kann ich hier hinten sitzen? Nee Mir ist das Mir gefällt das dazwischen besser Okay Da kannst du schön den Berg hier noch mit einbinden Weiß nicht so Weil der ja ziemlich gut dafür ist Irgendwie noch was reinbauen oder so Lager mäßig Vielleicht noch ne Nähteilwarzenfarm So was reinbauen Ja Ne Deswegen hab ich den Platz mir auch ausgewählt So Und man kann vielleicht auch hier so Was war das denn? War ich Warum? Was war das? In Ruhe Na Weißt du das nicht? Was ist dieser Kotzadler hier? Was ist das? Der hier? Ja Der Adler war das Komm man da drauf? Hey Hallo Hallo Komm man da drauf Der Adler Ey Ja das ist der Adler Ich kämpf jetzt gegen den Adler mit der Faust Ich hole mir den einfach mit dem Schwert Batz Nein Doch Der war es auf ihn Du Ich musste her Oh ich wollte dich Vor allem musst du aufpassen weil BVP alles Ja Nein Da ist er Ey 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 Yey Oder was hast du denn so abgezogen bekommen? Weil er so geflogen ist, dass ich ihn nicht gesehen habe Und dann hat er mich eingegriffen Ja Ja gut ich mach hier das Mage House hin Oh hier sind noch paar Bienen Ja Und du machst das Geheimniss Zweite geheimnisvolle Ja Zweite geheimnisvolle Was die normalerweise eigentlich wissen Und zwar das Schmelderlingshaus Ja Das Schmelderlingsgewächshaus Bei wem man das so schimpfen soll sich zuchtstationen oder so wilde rangelei keine ahnung aber das ist das hinbaus wollte sie machen ja hier hinten dafür würde ich aber auch soweit alles abreißen was hier steht ein filler nach holen alles weil ich wollte mal gucken der sagt wird sagen okay das wollte er sagen weil ich habe noch andere holz haben komplett abgeschmiert ja voller jackpot es geht bei dir ab hat man gestern schon bei sparks doch oder nicht meine bist du dabei sparks auch nicht abgeschmiert keine aktuelle java version was soll man dazu sagen magnet an und jetzt ja klar ist das arbeit aber trotzdem läuft das wieder um so viel arbeit machen wenn es auch nur noch einfacher geht dafür sind wir da die 18 version aus ja weiß nicht wenn wir davon also wieder aufnehmen und einfach schon draußen ist ja klar dann können wir wenigstens leichter verzaubern holtest du schon ne ja dann können wir auch das lapis nutzen ordentlich aber kommt man muss nur lapis benutzen ich glaube das blöcke oder so ne das ist ja das gute du kannst mit 1 verzaubern irgendwas scheiße mit level 1 und dann kannst du mal da durch zwischendurch von ja aber ob das so klug ist dann immer mit level 1 das dann nein was schlecht ist einfach nur ja aber weißt du ob schlecht ist das ist immer die sache das weiß ich auch nicht kannst du das doch lesen dann oder bin ich wieder leute das ist mir mein kopf mit dem das hat er extra gemacht wie gesagt das kannst du lesen das war doch das neue noch daran deswegen ist das verzauern noch anders geworden ich finde das sowieso da wenn es man wenn man es jetzt einfach nur damals durchführen müssen je mehr bücher man hinpackt desto mehr buchstaben tauchen halt nur auf hätte man damals schon einführen sollen erst mal auf smooth wieder umstellen weil sonst hab ich wieder die schankprobleme schwankprobleme das ist immer ich muss einmal auf smooth umstellen und dann kann ich wieder multikon machen und dann sind die schankprobleme weg warum auch immer das weiß bis heute noch keiner aber das ist halt java und mein kopf ab habe ich denn zufällig fehler dabei glaube ich kaum ich habe weiß dass ich eins zuhause habe weil das nicht gehört habe das habe ich auch das weiß ich das habe ich genug immer dabei irgendwie dort eh in den ganzen Bags zwei sogar warum auch immer zwei weil du es wieder übertrieben hast kann sein ja wie immer zwei stunden übertreiben heute ich sag das wird kein kleines gewährchen ich will er übrigens das ist mir relativ doppelt übertreibst du es wieder nicht wie immer du kennst mich doch nein du kannst es ruhig übertreiben du weißt doch wie ich bin ja ich weiß dass du ein cheater bist das wissen auch die anderen leute mittlerweile wo soll ich es ja noch sagen ach schlacht und zwar ich habe keinen plan wie ich das mage ausbauen soll von da abgesehen wie du schlecht bist nein ach ich habe null plan aber man kann es hier rein bauen ja und das mit dem Vogelkäfig geht leider nicht weil die scheiß Vögel despawn ja also besser wir können auch die Geier drin einsperren so ist das nicht ja ich glaube aber die halten auch nicht ne das müsste man auch ausprobieren einfach mal irgendwo einsperren ja aber das halten die nicht aus wir hätten extra die Chunklaude ja so hoch gestellt ja das ist schade die despawn man hat schon so ne Ideen und dann despawn die Viecher ja was willst du jetzt machen was willst du hinterher holen ach so äh da ist die ähm enderperlenflüssigkeit fließt hier noch um ja ich hab ich letzt mal gesehen über dir ich hab ich toll wo du gelachst so ein Brunnen dahin gemacht ne ja und das gerade hingestellt und dann kommt das einfach so raus geflossen gerade dass man sich nicht irgendwie damit von einer Flüssigkeit zur anderen rein porten kann könnte man Jump daraus machen ja ähm oh erst mal gucken wo hab ich denn vielleicht noch irgendwo Redstone fackeln oder Landmarks dün 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 bevor ich wieder welche neu mach hast du bestimmt irgendwo welche weil du ja noch ein super Chaos hast du hast bis glaube bis heute immer noch nicht das System angeschlossen oder nö bin zu faul dazu man merkt's bin zu faul das weiterzumachen ey kennst mich doch ja aber man merkt wir haben bald die 200 wie viele folgen haben wir eigentlich mittlerweile bei die 150 ähm ja müssen wir bei die 130 hab ich auf jeden Fall schon äh ich schau bei mir einfach mal kurz nach 133 oder so 134 also 138 hab ich ne guck und du hast ja auch zu dem paar gelöscht ne alles safe wieder ja ich meinst du anfangen irgendwo dazwischen sind irgendwie ein paar verloren gegangen oder wie das war ne 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 ich hatte nur auf versehen äh fast 107 gelöscht aber das ist wieder da so ah ne du bist ja auch nicht so weit weil ja dein Internet sag ich da nur ne ja was dann kann ich für die 2 Wochen kosten nicht dafür ne hab ich doch nicht gesagt dass du da was für kannst oder oder dank dich bei dem super Internetanbieter ja das ist sonst Standard immer dran keine Namen wer denn ich sag keine Namen ja ah ist wieder 1000 Euro haha du weißt ja youtube money und so überzeugt vor allem instagram vading die beide ne youtube money dadadadadadadadadadadadadadadadu tu do 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 dooo ah was du vorher angesprochen hast aber aber ich weiss noch immer noch kein Game dazu ich wüsste auch nicht ich weiss auch nicht wie man das aufbauen sollte halt als Challenge na keine ahnung warten mal aber kein Minecraft nein was anderes bei das gleiche let's play bei das gleiche let's play und mal gucken wir entweder schneller fertig ist oder halt die mission dafür halt trotzdem zusammen machen nein ich meine ich will nicht mit dem labern zu sagen ja das kann ruhig einzeln game sein oder sowas und aber dafür dass wir das gleichzeitig spielen und da irgendwie gucken wer schnell fertig ist wird das vielleicht vielleicht wird das alles davon gesammelt hat unseren rund genug möglichkeiten wie man da machen kann man kann auch ich weiß nicht also schon mal vor laut gespielt man hätte nämlich einmal version in gut spielen können und einmal in version böse gibt es zum beispiel bei table ja auch kannst du einmal guter spiel und einmal böse so was hätte man vielleicht auch manke hätte man ja hätte man machen können mir fällt auch dazu wirklich nichts ein können die leute ja mal in die kommentare schreiben die über mir die videos gucken guck keiner deine videos genau so wenig wie meiner das ist dann wie schon man gesehen hat also eine wertung nach zehn sekunden machen recht viele aus dann bleiben welche bis zwei minuten und irgendwie 20 prozent oder so nur komplett das video das ist lächerlich so hier oben sitzen wir da den turm drauf ja aber was willst du machen na einfach allen was machst du da mal porten bist der portal bin man ich habe keinen bock durch das portal zu gehen das ist nicht das portal dauert zu lange nein ich bin ins falsche reingegangen ich idiot ja du bist ein idiot das stimmt ich muss auch hier mein tor hier reingehen was mein törchen deine mose ist nass was ich hätte vorher schlafen sollen meine augen gehen so leicht ja das kann weg das kann weg das kann alles nein ich überarbeiten heute also soll man ganz ruhig ja und ja heute doch gleich rum im chat um Banane, Zitrone, Schokolade, Banane, Zitrone, Schokolade.